Hallo und herzlich willkommen bei 10xTrading. In der heutigen Marktanalyse sprechen wir über die Indizes und den Kryptomarkt und ob uns jetzt hier wirklich ein neuer Crash droht und danach gibt es eine Aktienanalyse zu Palantir. Zu Beginn des Videos sprechen wir wie immer zuerst über einige Grafiken und Makrodaten und heute haben wir wirklich einige sehr sehr interessante Sachen dabei und wir fangen an mit einer Grafik vom Sentiment Trader, die uns zeigt wie unfassbar bärisch das aktuelle Umfeld ist und vor allen Dingen auch wie historisch die Geschichte aktuell ist, denn wir sehen derzeit ein bärisches Sentiment. 60% bei der AAII-Umfrage sind aktuell bärisch und das sind wirklich historische Werte aktuell, die wir zuletzt so in dieser Form nur gesehen haben. 2008 natürlich bei der großen Finanzkrise und auch in den 1990ern am Anfang gab es einen heftigen Abverkauf und dort hatten wir ähnlich bärische Readings in dieser Statistik, aber ich möchte euch wirklich auch direkt darauf hinweisen, das kann natürlich bedeuten, dass wir im Umfeld sind eines lokalen Bodens, definitiv, aber schaut bitte, dass wir auch 2008 deutlich nochmal darüber hinausgeschossen sind und darauf komme ich heute eben auch wieder zu sprechen. Was jetzt passieren kann, ist, dass eben etwas Systemisches zu Bruch geht, das heißt, dass wir ein gewisses Black Swan Event bekommen, eben etwas, was der Markt aktuell noch nicht auf dem Schirm hat wie damals 2008, weil natürlich uns viele fundamentale Indikatoren der US-Dollar, der Anleihenmarkt, die Verzinsung anzeigen, dass die derzeitige Situation wirklich zum Bärsten gespannt ist und deswegen kann man das glaube ich jetzt schon mal zusammenfassen, in normalen Marktsituationen wären wir aktuell definitiv im Bereich einer Bodenbildung und das zeige ich euch halt natürlich auch in den Charts, aber es bleibt natürlich aktuell so ein bisschen der X-Faktor, dass die aktuell extrem überspannte Situation etwas kaputt machen wird. Und weil es natürlich in jedem Dunkel auch Licht gibt, schauen wir uns hier noch einen interessanten Tweet an vom Sentiment Trade und es wird auch heute natürlich wieder keine Crash-Episode, denn sowas gibt es auf diesem Kanal nicht. Wir finden in jeder Situation unsere Chance natürlich umso mehr auch in der aktuellen, wir sehen nämlich hier das ein Jahr, nachdem dieses Signal getriggert wurde in der Vergangenheit, also diese Situation, dass mehr als 60% der Marktteilnehmer bärisch sind, das gab es übrigens nur viermal in 35 Jahren, das ist auch echt bemerkenswert, das zeigt wieder wie extrem dieses Jahr ist, sehen wir das ein Jahr später uns die Märkte zwischen 7,5 und gar 56% Rendite liefern, das heißt absolut nichts fürs kurze Bild, das kann extrem ungemütlich werden, habt es definitiv auf dem Schirm, aber vor allen Dingen, wer mittelfristig an die Märkte rangeht und ich denke, das ist ein Großteil von uns, der sieht aktuell auf jeden Fall eine interessante Situation und gerade die, die wirklich dabei sind, sich ein frisches Depot aufzubauen, man kann sich in dieser Situation ja eigentlich nichts Schöneres wünschen als fallende Kurse letzten Endes. Natürlich ist es keine Garantie, dass die Märkte sich relativ schnell erholen werden, denn er schreibt unten auch natürlich, dieses Mal ist alles anders, zynisch natürlich, aber auf jeden Fall sehen wir, dass eben diese Phasen der maximalen Angst und der maximalen Panik gerade mittelfristig durchaus interessant sind. Und hier sehen wir jetzt einen weiteren Indikator für das Thema Rezession, wobei das ja im Endeffekt eh nur noch Formsache ist, denn ich denke, dass die Vereinigten Staaten und potenziell auch die globale Wirtschaft in einer Rezession ist, sollte mittlerweile fast jedem klar sein, aber wir haben natürlich auch harte Fakten, die das belegen und wir sehen oben die invertierten Zinskurven, mehr als 50% dieser sind aktuell invertiert und das war in der Vergangenheit immer ein sicherer Indikator für eine darauf folgende Rezession. Und auch die Medianzinskurve ist wieder im Bereich, wo sie in der Vergangenheit sehr, sehr häufig und zuverlässig Rezessionen getriggert haben. Und was uns dieses Signal zeigen kann, darauf kommen wir jetzt zu sprechen. Und hier siehst du mal einen Überblick, welche Assets in diesem aktuellen Marktumfeld ganz gut performen. Mach dir auf jeden Fall einen Screenshot davon, denn das kann absolut hilfreich sein und ich kann natürlich hier jetzt auch nur auf wenige Beispiele eingehen. Man sieht auch, dass es sehr, sehr treffsicher ist, denn wir sehen, dass zum Beispiel Rohstoffe der Bloomberg Commodity Index im kurzen Zeitfenster sehr, sehr schlecht performt, sehen wir aktuell. Wir sehen, dass der Dollar absolut outperformt, sehen wir auch. Und natürlich sehen wir, dass Gold sehr, sehr schlecht performt in diesem Umfeld. Auch das sehen wir. Was ich sehr, sehr interessant finde, ist vor allen Dingen auch die Statistik mit Blick auf die nächsten sechs bis zwölf Monate, denn das zeigt uns, dass vor allen Dingen der Nasdaq bald wieder zu den guten Performern gehören sollte. Als nächstes schauen wir uns eine weitere Grafik an, welche Sektoren und Faktoren vor allen Dingen im Umfeld von invertierten Zinskurven gut performen. Macht ihr auf jeden Fall einen Screenshot davon, denn viele haben dann zum Beispiel nur Tech-Aktien auf dem Schirm und wundern sich, warum sie einfach nicht performen in ihrem Depot. Klar, wenn ich einen Sektor auf dem Schirm habe und nichts anderes auf dem Schirm habe und dieser eine Sektor funktioniert zurzeit einfach nicht, dann ist klar, dass man nicht performen kann in seinem Depot. Deswegen ist so eine Übersicht absolut genial, weil das zeigt uns mal, wie groß das Anlageuniversum eigentlich ist und vor allen Dingen, dass es in jeder Marktphase auch gewisse Aktien gibt, die gut performen. Das ist gerade für neue Börsenteilnehmer sehr, sehr wichtig, dass man mal so eine Grafik sieht und vor allen Dingen auch sieht, dass es eben nicht so ist, dass alles fällt in einer gewissen Marktsituation, sondern zum Beispiel, dass wir hier sehen, dass defensive Aktien in den nächsten Wochen und Monaten durchaus gut funktionieren werden, bis dann eben der Boden drin ist in den Märkten und dann Tech wieder absolut am Outperformen sein wird. Und hier sehen wir auch eine wichtige Grafik, die ich mit euch teilen möchte von TheMarkety und zwar Just How Bearish Are You? Also wie bärisch bist du? Wir sehen hier den Spread zwischen Bullen und Bären bei der AAII-Umfrage und wann immer der Abstand zwischen Bullen und Bären so gewaltig war, wie aktuell war der S&P 500 im Umfeld von einem gewissen Bounce und das ist durchaus interessant, aber hier auch zu Recht natürlich die Frage, ist this time different, also ist es dieses Mal anders? Wenn wir hier mal so ein bisschen schauen, 2021 hatten wir auch einen ähnlichen Spread und immer mal wieder waren wir natürlich bei diesem Reading an einem Boden, also im Juni diesen Jahres zum Beispiel war es absolut perfekt, da konnten wir wirklich den Boden damit timen, aber wir sehen, dass wir immer wieder danach auch noch in gewisse Abverkäufe rutschen. Warum? Weil natürlich im Umfeld von so extrem viel bärischem Sentiment sehr, sehr viel passieren kann und was mir auch noch so ein bisschen Sorge macht, das zeige ich euch in der nächsten Grafik. Und was mir eben aktuell noch so ein bisschen Sorge macht mit der Situation, das ist diese Grafik hier, du siehst, dass vor allen Dingen die US-Haushalte nach wie vor extrem festhalten an ihren Aktien und das ist in der Regel etwas, was die Wall Street in der Vergangenheit eher nicht zugelassen hat im Rahmen von Bodenbildungen und im Rahmen von Bärenmärkten, denn das Ziel war, die Privatanleger aus den Positionen rauszukicken, wirklich sie rauszuquetschen förmlich zur Downside, um ihnen dann billigst die Aktien abzukaufen und das ist dann eben der Moment dieser Washout, wo auch der Volatilitätsindex, das heißt der Panikindikator nach oben schießt, wo die institutionellen Anlegern sozusagen den Privatanlegern auf billigen Kursen die Aktien aus der Hand reißen, das ist der Moment der Bodenbildung und dann springen die Privatanleger, wie wir es hier auch sehr, sehr schön in der Grafik sehen, in der Vergangenheit eben in die wieder anlaufende Rallye hinterher und das ist eben die große Frage, ob das dieses Jahr auch noch kommen wird. Wir kommen zum Wirtschaftskalender, wir hatten heute den Einkaufsmanagerindex aus Deutschland, der kam, wie die Prognose war, mit 48,3 rein, hier hatte ich durchaus noch mit einer Überraschung nach unten gerechnet, den DAX hat es trotzdem nicht interessiert, wir sind durch den wichtigen Support gebrochen von 12.500, natürlich der DAX heute auch im Video dabei, aber auch die US-Indizie ist tiefrot, der US-Dollar absolut im Plus, der Euro, er liegt jetzt bei 0,97 US-Dollar, wir schauen uns das gleich alles in den Charts an, das sind wirklich extreme Entwicklungen, die wir gerade sehen, die eben meines Erachtens hier den Boden darstellen könnten, eben das Washout-Event darstellen könnten, oder aber, wenn es jetzt nächste Woche entsprechend weitergeht oder gar noch etwas dazukommt, durchaus auch der Auftakt sein könnten von etwas aggressiveren Abverkäufen. Heute Abend, 20 Uhr, sind wir wieder ein Stückchen schlauer, denn dort wird Jerome Powell nochmal eine Rede halten. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass definitiv dein Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Wir kommen zu den Charts und wir haben heute das erste Mal so ein bisschen Hinweise, dass die 10-Jährige vielleicht einen Top finden könnte. Wir haben hier eine Long-Leg Doji-Kerze, also eine langbeinige Doji-Kerze mit einem ganz dünnen Körper, aber einem extremen Wick nach oben. Das heißt, du siehst, die 10-Jährige, sie wollte hier heute ausbrechen in der Verzinsung über die 3,75 Prozent, aber dann hat der Markt hier die entsprechende Anleihe gekauft, also die 10-Jährige Staatsanleihe und hat sich hier wirklich die sehr, sehr schöne Verzinsung von 3,8 Prozent schmecken lassen. Und da kommen wir natürlich jetzt in den Bereich, wo wir absolut eine Alternative haben zu den Aktienmärkten, wenn du Anleihen kaufen kannst mit knapp 4 Prozent Verzinsung. Und das ist eben so ein bisschen der Hoffnungsschimmer, dass hier definitiv die Anleihen langsam so interessant werden, dass hier auch Kaufdruck auftreten wird, was dann die Zinsen eben zwangsläufig hier ein bisschen begrenzen sollte. Das heißt hier ganz wichtig, erstes Signal, dass die 10-Jährige potenziell hier top gefunden hat, aber dafür dürfte sie jetzt meines Erachtens hier nicht mehr über die 3,8 Prozent ausbrechen. Das heißt hier Preissalarm drauf und natürlich auch ein Preissalarm auf ein neues Verlaufshoch drauf. Der RSI auch extrem überkauft. Ich habe es gestern gesagt, hier ist der Bereich einer Korrektur langsam überfällig. Die Zweijährige ist nach wie vor im absoluten Turbo-Modus. Wir hatten heute hier 4,26 Prozent, die Invertierung der Zinskurve, sie ist deswegen nach wie vor extrem mit über 0,4 Prozent und auch hier bei der Zweijährigen sind wir überfällig für eine gewisse Korrektur, aber das kann natürlich nur stattfinden, wenn hier von außen, wir sehen auch hier der RSI ist so extrem überkauft. Dazu braucht es natürlich von außen in Form von Jerome Powell ein gewisses Signal, dass der Anleihenmarkt hier sich ein bisschen entspannen kann. Ich lege mir auch fest, es kann in den Aktienmärkten und im Kryptobereich nur. zu einer fundamentalen und zu einer gewissen nachhaltigen Rallye wenigstens kommen, wenn sich diese Charts hier etwas entspannen können. Wir kommen zum US-Dollar Index Future und das ist wirklich aktuell so ein vorhersehbarer Chart, muss man leider sagen. Ich hatte angekündigt, wenn wir hier ausbrechen aus den 110, dass wir dann hier wirklich einen Squeeze bekommen im US-Dollar in Richtung 112 bis 113 und genauso kommt es jetzt hier auch. Das ist so extrem bullisch, dieser Chart, die Flucht in den Dollar, sie ist absolut allgegenwärtig. Natürlich ist das hier auch ein Angstindikator und du siehst, wie hoch die Panik ist, die Flucht in den Dollar, sie ist absolut gegenwärtig und es hat sich ja auch an dem Momentum, wenn hier nach oben der Ausbruch stattfindet, absolut nichts geändert. Im Gegenteil, das ist heute eine der heftigsten grünen Kerzen, die wir hier seit vielen Wochen oder gar Monaten gesehen haben. Das heißt, du siehst, wir sind jetzt hier wirklich in einer Phase, wo die Dinge etwas außer Kontrolle geraten und wir sehen hier auch den RSI. Wir sind jetzt hier wieder absolut überkauft. Der Dollar, er ist glühendrot, red hot, wie die Amerikaner sagen und wir brauchen hier, auch hier lege ich mich fest, dieser Chart muss hier mal eine Korrektur vollziehen, wieder in den Bereich dieses Aufwärtstrends, was halt auch brandgefährlich ist, weil uns hier ein solider Aufwärtstrend, der jetzt knapp neun Monate oder acht Monate hält, aktuell wieder anzeigt, dass selbst wenn wir zurückkorrigieren auf diesen Aufwärtstrend und wenn wir jetzt hier abkorrigieren würden um fast vier Prozent im US-Dollar-Index, dann wären wir wahrscheinlich überverkauft, muss man sich auch mal vorstellen, wenn wir hier ankommen. Das heißt, selbst wenn der Dollar hier entspannt, selbst wenn die Aktienmärkte dann zu einer Bärenmarkt-Rally ansetzen können, das Ende vom Lied im US-Dollar ist meines Erachtens hier noch nicht gesungen. Wir kommen zum US-Öl, zum WCI-Öl und auch hier sind die Prognosen entsprechend eingetreten. Ich hatte gesagt, solange wir hier unter den 85 US-Dollar sind, gefällt mir Öl nicht und wir sehen hier, dass hier auch die volle Härte der Rezession jetzt eingepreist wird. Heute eine dicke rote Kerze, minus sechs Prozent im Ölpreis. Aber haben wir das bitte so ein bisschen auf dem Schirm, Öl kommt jetzt hier potenziell in die nächste Support-Zone. Hier im Bereich dieses Falling Wedges sind wir jetzt im Bereich der Support-Linie. Wir sind jetzt im RSI auf Tagessicht, bald überverkauft. Das waren hier in der Vergangenheit immer interessante Punkte, wo Öl dann zumindest zu einem kurzfristigen Bounce angesetzt hat. Das heißt hier bei 76, 77 US-Dollar würde ich mir Öl nochmal ganz genau anschauen, ob wir uns hier potenziell qualifizieren für einen Bounce. Das kann natürlich dann auch hier lediglich nur der Backtest sein von diesem Trendkanal. Das würde ich sogar für sehr, sehr wahrscheinlich halten, dass wir dann hier im Endeffekt diese Supply Line in diesem Falling Wedge, also die Widerstandslinie dieses Falling Wedges als Widerstand testen. Gleichzeitig hier Kreuzwiderstand mit dem Trendkanal und das wir dann eben weiter abverkaufen. Denn mein mittelfristiges Kursziel beim Öl ist hier vor allen Dingen, wenn die Rezession dann mal auch kommuniziert wird und entsprechend dann eingepreist werden muss hier im Bereich um die 69 Dollar. Mittelfristig, ölbärisch definitiv, wer hier ganz kurzfristig spekuliert und tradet, könnte hier potenziell sich langsam aber sicher mal für einen Bounce gefasst machen. Wir kommen zu einem Chart, der auf den ersten Blick sehr, sehr wild aussieht, aber einige kennen ihn. Es ist die Marktbreite, es sind die Aktien im S&P 500, die über ihrer 50 Tageslinie stehen und hier kommen wir jetzt wieder in Extrembereiche. Wir hatten ihn zuletzt auf dem Schirm hier im Bereich um die 25%. Dort hatte ich darauf hingewiesen, dass das, wenn es sich um eine relativ milde Korrektur handelt, sehr, sehr gerne ein Bereich ist, wo wir zu Erholungen ansetzen, aber auch wenn wir durchbrechen, dass dieser Chart dann eben sehr, sehr gerne abtaucht in die Extrembereiche. Und jetzt sind wir durchgebrochen und sind jetzt hier auf dem Weg wieder unter 10% Aktien zu sehen, die im S&P 500 noch über ihrer 50 Tageslinie sind. Und ich muss dazu sagen, das ist ein nachläufiger Chart, der wird immer nach Marktschluss hier aktualisiert. Das heißt, es kann gut sein, dass die heutigen Abverkäufe diesen Chart hier wirklich tief in die einstellige Zone drücken der Aktien im S&P 500, die noch über ihrer 50 Tageslinie sind. Und das war hier auch im Juni ein perfekter Indikator für einen Bounce, in dem Fall sogar für eine massive Rallye. Es muss nicht immer eine massive Rallye sein, es kann auch wirklich nur mal ein etwas kleinerer Bounce sein. Aber wir sehen hier schon sehr, sehr häufig, wenn wir abtauchen in diese Extrembereiche, dann stehen wir potenziell vor einer schärferen Bernmarktrallye. Wir kommen zum Volatilitätsindex und der zeigt mir aktuell an, dass wir potenziell wirklich noch mit mehr Downside rechnen müssen, denn wir haben hier eine ganz klare Momentumbildung zur Oberseite. Wir sehen hier, dass der Wix wirklich aggressiv steigende Tiefs generiert. Also jetzt hier auch im Bereich ist, wo wir wirklich wieder an die 30 kratzen, deswegen hab wirklich im Volatilitätsindex deinen Preissalarm bei den 30,5. Denn wenn wir hier ausbrechen, dann kann es wild werden. Wir haben es im Juni gesehen, auch im Mai, dann kommen wirklich nochmal Verwerfungen an den Märkten und dann hält auch das Juni-Tief nicht. Da würde ich mich festlegen. Wir kommen heute aber auch beim S&P 500 zu sprechen, dass es auch ein mildes Szenario gibt, wenn wir die Juni-Tiefs nochmal brechen. Denn wir haben definitiv noch einen absolut kritischen Support, den es beim S&P 500 anzulaufen gilt, den wir auch im Juni nicht getroffen haben. Also sei gespannt. Wir kommen natürlich gleich zur S&P 500-Analyse. Aber ich bleibe auch nach wie vor dabei. Wenn wir hier wirklich in den Bereich des Kapitulationsmoves kommen, dann sehen wir sensationelle Kaufgelegenheiten. Ganz egal, wo der Wix dann eben seinen Hoch findet. Und das ist dann auch der Bereich, wo man dann wirklich in mehreren Tranchen in die Märkte long einsteigt. Denn wir haben es natürlich gesehen bei Corona. Das hat einige Tage gedauert, bis der Wix dann wirklich seinen Top gefunden hat. Aber wer hier in diesem Bereich vom März 2020 eben sich positioniert hat an den Märkten, hat dann langfristige, sehr, sehr gute Kaufgelegenheiten erwischt. Und deswegen haben wir aktuell den Blick auf den Wix. Er kann hier ruhig ausbrechen, aber er läuft uns dann sozusagen gerade mit mittelfristigem Blick auf die Märkte sehr, sehr in die Karten. Und hier finden wir dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit gute Kaufgelegenheiten. Wir kommen zum S&P 500 und den zeige ich euch zuerst mal im Wochenchart. Und jetzt komme ich auch zu diesem wichtigen Support zu sprechen, den es meines Erachtens auch gilt hier dann wirklich tiefstens zu verteidigen. Denn wir haben im Juni im Rahmen der Korrektur die exponentielle 200-Wochenlinie auf den Millimeter genau getroffen. Schauen uns das hier wirklich im Detail an. Hier siehst du ganz genau, dass wir hier auf dieser blauen Linie aufgeschlagen sind und danach die massive Rallye getriggert haben. Dort wären wir jetzt wieder. Das heißt, wir sind aktuell technisch an dem Punkt, wo wir im Juni diese massive Rallye getriggert haben, die uns dann im S&P 500 20% Rallye gebracht hat. Dort sind wir jetzt aktuell wieder. Aber, und das ist wichtig, wir haben hier den Simple Moving Average 200 im Wochenchart. Und hier sehen wir mal in der Vergangenheit zurück, dass der sehr, sehr gerne Support war. Hier zum Beispiel 2018, wo wir die letzte große Korrektur gesehen haben. Hier sind wir genau auf den Simple Moving Average zurückgekommen. Auch hier im Bereich von 2011 hat der Simple Moving Average eine wichtige Rolle gespielt. Aber haben wir auch auf dem Schirm, dass es 2008 bei dem großen Abverkauf eben dieser Simple Moving Average 200 war, den wir gebrochen hatten und dann als Widerstand back getestet hatten, was dann unser Trigger war für absolut mehr Downside. Corona war eine Ausnahme. Da sind wir durchgebrochen, aber dann mehr oder weniger innerhalb von zwei Wochen wieder drüber geschossen. Aktuell sind wir jetzt hier in dieser Situation. Und natürlich ist es denkbar, absolut, dass der Markt hier einen Undercut bringt. Also wir brechen leicht unter diese Juni-Tiefs. Alle bekommen Panik. Und dann bist du hier auf dem Simple Moving Average 200. Das heißt, hab den auf dem Schirm. Der ist so bei knapp unter 3.600 Punkte, 3.588 Punkte. Hier würden wir dann auch auf ein altes All-Time-Hype prallen vom August 2020 nach dem Corona-Crash. V-förmige Erholung. Und dann hattest du hier dein erstes Top, hast korrigiert und bist durchgebrochen. Und hier bei circa 3.580 bis 3.590 Punkte hättest du dann hier ein altes All-Time-High, All-Support und den Simple Moving Average 200 im Wochen-Chart. Das heißt, haben wir das bitte auf dem Schirm und gehört bitte nicht zu den Leuten, die dann hier wirklich in Panik verkaufen, wenn wir jetzt die Juni-Lows brechen. Wo wir definitiv über Short reden und auch über die Situation, dass wir die Märkte verlassen Long. Das ist diese Bewegung, wenn wir hier wirklich unter den Simple Moving Average 200 im Wochen-Chart brechen und diese 2008er Bewegung bekommen. Das heißt, du brichst durch, testest ihn als Widerstand, denn dann hast du erstmal eine unkalkulierbare Downside. Mindestens allerdings Downside hier in den Bereichen um die 3.400 Punkte. Das wäre das Corona-All-Time-High oder das Vor-Corona-All-Time-High oder dann eben die 3.200 Punkte. Darüber hatte ich gestern gesprochen. Machen wir das auch noch, dann ist es komplett. Das ist nämlich hier die Trendlinie, die wir im Tiefdach der großen Finanzkrise 2008 begründet haben. Das wäre dann wirklich so die Rückkehr vom S&P 500 zum Mittelwert. Dort wäre dann auch die Bewertung so, dass ich denke, dass die Dickfische wirklich zupacken würden. Aber haben wir auf dem Schirm, so weit ist es noch nicht. Wir haben hier den Simple Moving Average 200 im Wochen-Chart, der uns bei knapp 3.600 Punkte noch definitiv Support geben kann. Und hier sind wir jetzt im ganz, ganz kurzen Zeitfenster und du siehst, was hier passiert. Wir sind jetzt auf 4-Stunden-Basis durchgebrochen und jetzt testen wir hier dieses 88er Fibonacci als potenziellen Widerstand. Wir sind jetzt live dabei hier, wie der Nasdaq hier um die alles entscheidende Marke kämpft, meines Erachtens. Natürlich ist heute Abend die Rede von Jerome Powell. Da kann alles passieren. Habt es definitiv auf dem Schirm. Aber ich wäre jetzt hier vorsichtig. Was ich hier sehen will als Trigger ist ein Ausbruch des Nasdaqs hier über 11.400, aber jetzt zumindest hier wieder über dieses 88er Fibonacci. Das, was wir hier gerade sehen am Markt seit den letzten 4 bis 6 Stunden, das muss eine Bärenfalle sein und dann muss der Markt hier wirklich zupacken. Ansonsten sehe ich die Unitiefs im Nasdaq absolut im Angriff und dann müssen wir eben schauen, ob die 11.000 Punkte halten. Überverkauft sind wir. Brauchen wir nicht diskutieren. Definitiv. Was ich mir halt auch vorstellen könnte ist, und das wäre ein bisschen gefährlich, dass wir eine gewisse Rallye sehen im Nasdaq, die hier dann an diesem Abwärtstrend ein weiteres mal abprallt. Denn dann wäre der 4-Stunden-Chart nicht mehr überverkauft hier oben. Dann wären wir wieder im Bereich, wie wir es hier zuletzt waren, so bei einer 30 bis 35 im RSI und dann hast du wieder Luft zur Downside. Deswegen ist es aktuell eine sehr, sehr gefährliche Situation. Langfristige Positionen mit viel, viel Geduld und Sitzfleisch kann man hier aufbauen. Kurzfristig, mittelfristig wäre ich sehr, sehr vorsichtig, weil dieser Abwärtstrend einfach extrem aggressiv ist. Was wir hier sehen müssten beim Nasdaq und dann siehst du gleich, wie viel Arbeit hier vor den Bullen steckt. Das wäre diese Bewegung. Erst dann hätten wir wieder ein Argument, wirklich kurzfristig bullisch zu sein. Wir bräuchten tatsächlich einen Ausbruch über 12.000 Punkte. Wir bräuchten hier ein lokales, höheres Hoch. Und dann hätten wir hier die Möglichkeit, eben weiter zu steigen in den Bereichen um die 12.800. Deswegen ist dieser Bereich hier unten sehr, sehr tückisch. Man kann natürlich, und das wäre natürlich eine schöne Chance, wenn wir hier aus den 11.360 Punkten, sagen wir, ausbrechen und dann wirklich mit Stop-Loss arbeiten unter den heutigen Tagestiefs. Dann hätte man wirklich eine Chance, hier zu spekulieren und könnte den Stop natürlich hinterherziehen. Deswegen aktuell eine interessante Situation. Wir sind überverkauft. Keine Frage, es kann jederzeit zu einem Bounce kommen, aber das haben wir auch hier gedacht und dann haben wir im Endeffekt nur eine mickrige Gegenbewegung bekommen. Deswegen ist es aktuell einfach sehr, sehr gefährlich, was wir wirklich bräuchten, um hier mittelfristig, kurzfristig zu sehen, okay, das waren hier signifikante Tiefs. Das wäre wirklich eine Rallye über diese lokalen Hochs bei circa 12.000 Punkte, meiner Meinung nach. Wir kommen zum DAX im 4-Stunden-Chart und das machen wir kurz. Der DAX unter 12.000 Punkte, sehr, sehr bärisch. Wir sehen hier auch jetzt heute eben die Kaskade, vor der ich eben immer warne. Mal wieder das Bild. Du hast hier lokale Tiefs. Du hattest hier einen leichten Undercut unter die 12.500 Punkte am 22. September, also gestern. Aber wenn du dann hier versuchst zu steigen und der Markt hat hier kein Erfolgserlebnis, dann muss der Stop spätestens auf diesen lokalen Tiefs liegen. Denn was passiert, wenn du sie brichst? Welle zur Downside. Denn hier liegen sie dann, die Stops, egal ob deiner hier auch liegt oder nicht. Das interessiert den Markt am Endeffekt da nicht. Er geht hier durch und wenn die Stops dann fliegen, dann fängt das ganze Thema an zu rutschen. Deswegen habt deine Stops wirklich an strategisch wichtigen Punkten. Dazu werde ich auch in Kürze mal ein Video machen, wo man eigentlich seine Stops positioniert im Markt, dass es wirklich Sinn macht. Dass man eben nicht abgeholt wird. So wie jetzt hier zum Beispiel, dass du hier deinen Stop hattest und du würdest hier dann im Endeffekt abgeholt vom Markt und dann läuft er gegen dich. Das soll nicht passieren, sondern du sollst deinen Stop so legen, dass wenn du ihn dann wirklich gelegt hast und er greift, dass du dann dich wirklich vom Her Downside beschützt. Kann man kurz machen. Der DAX unter den 12.500 Punkten auf jeden Fall bärisch. Mein nächstes Ziel, wenn sich der DAX jetzt hier nicht wieder schleunigst, über die 12.500 Punkte bewegt. Dann kann er steigen. Drunter ist das nächste Ziel hier senkrecht drunter, senkrecht rauf in den Bereich um die 11.300 bis 11.500. Sollte das nicht halten, aber das wäre jetzt zu bärisch für den Moment. Das muss man abwarten, wie das dann hier sich ausspielt. Haben wir natürlich noch Ziele zur Downside um die 10.000 Punkte. Aktuell sehr, sehr vorsichtig. Was ich natürlich schon auf dem Schirm habe für den DAX potenziell ist jetzt hier und dazu zoomen wir mal noch ein bisschen näher rein ins aktuelle Bild. Das wäre ein potenzieller Short-Einstieg. Du bekommst jetzt beim DAX hier eine Contra-Rallye, ziehst sozusagen. den 4-Stunden-Chart aus dem überverkauften Bereich raus und hättest dann hier ab, sagen wir mal, 12.400 bis 12.500 Punkte eine sehr, sehr schöne Gelegenheit Short zu gehen für weitere Downside und hättest auch absolut schön deinen Stop. Denn diese Trendlinie, die wir hier sehen, die hat immer wieder sehr, sehr gut funktioniert. Die wurde kurz durchbrochen nach oben, aber sie hat übergeordnet und sehr, sehr gute Signale gegeben. Und wenn du hier sozusagen durchbrechen würdest, dann wäre der Zeitpunkt gekommen, sich ausstoppen zu lassen. Das heißt, der DAX läuft jetzt hier potenziell in ein sehr, sehr schönes Short-Setup, aber dazu müssen wir abwarten. Hab hier einfach so ein bisschen deine Augen drauf auf dem Bereich um 12.500 Punkte. Ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir hier eine Bewegung in dieser Art bekommen werden. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass definitiv dein Like da und kommentiere auch sehr, sehr gerne unter das Video. Damit kannst du nämlich aktiv die Reichweite erhöhen. Wir kommen zum Bitcoin im 4-Stunden-Chart und der Chart ist für mich jetzt mittlerweile bärisch, muss ich sagen. Es wird jede kleine Rallye hier abverkauft. Bitcoin definitiv bärisch unter 19.800 Punkte. Langfristige Positionen bin ich nach wie vor der Meinung, kann man hier aufbauen, aber gerade wer hier wirklich spekulativ unterwegs ist, sollte warten, bis der Bitcoin hier aus den 19.800 Punkten ausbricht. Denn dann würden wir aus dem gesamten Abwärtstrend von 2022 ausbrechen. Denn hier wird es jetzt sehr, sehr eng und das ist immer eine Situation, wo eine Entscheidung ansteht. Für mich sieht es jetzt hier aber wirklich dann heraus, dass wir hier im Bereich von fallenden Hochs unterwegs sind. Das heißt, dass hier eine sogenannte Distribution stattfindet, dass hier wirklich verkauft wird. Bitcoin im großen Stil, Kleinanleger reingezogen werden in den Markt, um immer wieder für die großen sogenannte Exit Liquidity zu bieten. Also Ausstiegsliquidität und die nächste Welle zur Downside könnte uns eben hier in den Bereich um die 11.000 Punkte bringen. Das heißt, seid sehr, sehr vorsichtig im Bitcoin und wenn man gerade spekulativ unterwegs sein will, wartet diese Bewegung hier ab und das wäre dann hier ein sensationeller Kaufzeitpunkt eben auch kombiniert mit dem Ausbruch aus dem übergeordneten Abwärtstrend. Aber so wie wir hier jetzt unterwegs sind, kann man natürlich langfristige Positionen akkumulieren. Aber gerade wer wirklich traden und spekulativ unterwegs sein will, sollte meines Erachtens hier einen Ausbruch abwarten über die 19.800. Wir kommen zur Palantir Aktienanalyse und schauen uns hier direkt die aktuelle Situation an. Wir sind jetzt unter die 7,50 Dollar gebrochen. Das ist nicht gut. Das gefällt mir auch nicht gut. Wir sind jetzt hier auch unter diese lokalen Tiefs gebrochen. Das heißt, jetzt die nächste Abwärtstendenz bei Palantir geht jetzt ganz klar ins Richtung des All-Time-Lows bei 6,44 Dollar. Wir messen uns hier mal die Distanz ab aktuell, wo wir denn hier sind. Und wir sehen, wir haben jetzt hier noch eine letzte Chance im Bereich um die 7 Dollar, denn hier ist exakt das 88er Fibonacci. Allerdings ist der RSI noch relativ weit weg von überverkauft zu sein. Das heißt, es ist hier durchaus Potenzial, dass Palantir hier nochmal durchrutscht auf das All-Time-Low. Das wären circa 10 Prozent und darauf müssen wir jetzt definitiv aufpassen. Allerdings rechne ich auch damit, wenn wirklich der Markt nochmal richtig ins Rutschen gerät, dass dann dieses All-Time-Low bei Palantir durchaus nochmal angegriffen werden kann. Denn wenn wir es uns im großen Bild anschauen, ist es jetzt nicht so spektakulär, was uns dieses All-Time-Low hier an Rallye gebracht hat. 80 Prozent klingt zwar viel, aber gerade von der Intensität her hatten wir zuvor deutlich schärfere Rallyes gesehen. Das heißt, wir müssen hier wirklich aufpassen, dass uns Palantir nach unten nicht wegbricht, beziehungsweise wenn uns Palantir nach unten wegbricht, sollten wir ruhig sein und wissen, wo unsere Kursziele liegen. Und die liegen hier bei der 127er Extension von der letzten Rallye. Das wäre hier bei circa 5 Dollar oder sogar 3 Dollar 22. Habt es bitte auf dem Schirm und bekommt keine Panik, wenn hier jetzt diese Lows brechen. Wer sich hier jetzt positioniert hat, meines Erachtens, das muss eine langfristige Sache sein. Palantir ist meines Erachtens, wer sich hier positionieren will, ein langfristiges Investment. Ich habe jetzt auch wieder ein Interview gesehen von Alex Karp, vielleicht hat es auch jemand von euch gesehen. Es war sehr, sehr spannend, wie er über die Zukunft von Palantir geredet hat und er war einfach der Meinung, dass umso chaotischer die Welt wird, umso mehr wird Palantir aufblühen und das, denke ich, ist schon alleine ein Bullcase für diese Aktie. Insofern für mich definitiv ein Investment für die Zukunft. Ich bin auch nach wie vor positioniert bei Palantir, halte auch fest an der Aktie, aber mir ist absolut bewusst, dass wir hier vor allen Dingen, wenn die Märkte nochmal schwierig werden, bis zu 33 oder gar 55 Prozent Downside haben. Habt es auf dem Schirm. Wir sind aktuell nicht überverkauft bei Palantir. Man kann natürlich langfristige Positionen hier jetzt erst mal einsammeln, aber ich würde mich hier noch nicht zu aggressiv positionieren und mir vor allen Dingen auch Pulver zur Downside trocken halten und sei dir wirklich im Klaren, wenn die 7 Dollar brechen, dann halte ich es für fast unausweichlich, dass wir hier wirklich nochmal einen Backtest bekommen an den All-Time-Lows und da weißt du Bescheid, wenn hier praktisch, deswegen kommt hier jetzt auch der Preisalarm drauf auf die 6,30 Dollar. Wir haben die Aktie sowieso jede Woche auf dem Kanal mit dabei, das heißt, du bleibst natürlich bestens informiert. Abonnier deswegen auch definitiv den Kanal, wenn Palantir wirklich drunter bricht. Meines Erachtens werden die Kaufgelegenheiten dann hier umso interessanter. Aber natürlich ist mir auch klar, dass Palantir auf gar keinen Fall ein Investment ist. Für jeden. Wir hatten auch vor kurzem mal die Umfrage, dass circa 40% von euch Palantir für ein gutes Investment halten, 60% nicht. Definitiv in Ordnung. Ich würde die Aktie auch im Depot nicht zu aggressiv gewichten. Da gibt es definitiv auch andere interessante Titel. Aber für mich Palantir definitiv einen Wert für die Zukunft. Kommt langsam wieder in den Bereich, wo man wirklich nachlegen kann. Erste Positionen kann man natürlich hier reinlegen. Ich würde jetzt hier aktuell aber nicht zu aggressiv positioniert sein. Das bullische Szenario bei Palantir ganz klar ist, wenn wir hier wirklich jetzt Support finden auf dem 88er Fibonacci. Das wäre potenziell sogar ein sehr, sehr schöner und wunderbarer Kaufzeitpunkt, dass man sagt, man kauft sich hier Palantir nochmal mit 88% Preisvorteil im Vergleich zum Tief, was wir im Juni gesehen haben und dann hier wirklich diese Bewegung nach oben sehen aus das Erste. Was wir sehen müssten, wäre natürlich dann der Bruch aus der 20-Tageslinie. Die wäre dann hier so in etwa bei 7,50 Dollar. Das wäre der erste Trigger nach oben. Und weitergehen würde es dann, wenn wir wirklich aus den 8,50 Dollar ausbrechen könnten. Dann würden wir hier auch dieses kleine Gap schließen, was wir hier aktuell immer noch offen haben aus dem Bereich, wo Palantir am 21. August unter die wichtige Marke gebrochen ist von 8,50 Dollar damals und hat sie auch seitdem nicht mehr nach oben durchstoßen können. Das wäre wirklich der Trigger, dass wir hier unten dann eine übergeordnete Akkumulationsphase gesehen hatten. Das heißt, wir bräuchten wirklich die Bewegung über die 8,50 Dollar nach oben. Das könnte dann wirklich für deutlichere Upside bei der Aktie sprechen. Aber aktuell wäre meine Tendenz eher, weil hier die 20-Tageslinie uns so eindrucksvoll Widerstand gegeben hat, dass hier wirklich die All-Time-Lows nochmal angegriffen werden. Ich bedanke mich vielmals, dass du das Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du die Möglichkeit, Mitglied zu werden bei 10X Trading. Das ist der beste Weg, wie du den Kanal unterstützen kannst und du bekommst Zugriff zum Premium-Bereich im Discord, wo du jederzeit Anfragen an mich stellen kannst für Aktienanalysen. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Tschau.